Debran, mein Bett. Anderes Bett ist deins. Ach, eure Betten haben Namen. Interessant. Tom, warum steht dein Bett eigentlich noch hier, obwohl du schon längst ein Haus hast? Weil ich mein Haus auch kein Schlafzimmer gebaut habe. Reicht ihr die Antwort? Findet ein Fehler, hätte ich gesagt. Stimmt, es hat aufgehört zu regnen. Ich habe erstmal nur eine Küche gebaut für das Zimmer. Dann kommt das Schlafzimmer, dann kommt auch ein Nebenschutz. Schatz, du bist das Schlafzimmer fertig, deshalb dekoriere ich wieder, ne? Ich bin noch im Gästehaus, ich bin noch gar immer im Schlafzimmer. Da hast du Gästehaus. Ja, das kann ich auch gut eindekorieren, das Gästehaus. Ich bin hier aber noch gar nicht fertig, mein Schatz. Ach, das hat ja auch mal. Jetzt habe ich ein Problem. Also muss ich mich mal in den Kuchenwald fahren. Ich muss mich mal in den Kuchenwald fahren. Oh, eine nächste Mal in den Kuchenwald. Ach, jetzt breit weg! Wie wollt ihr das jetzt hier bauen? Wie wollt ihr das hier bauen? Oh Gott, sind wir weit gereist. Thomas hat das mit dem ganzen Kölz umgemacht. Da ist nichts. Ich will es gar nicht wissen. Wie kannst du aus den anderen steigen kraften? Mal so als Tipp. Ich weiß davon, da ist auch nichts mehr da. Du guckst in die falsche Dings rein. Da waren noch 80-6 drin. Da, nein, da, nein, nein. Also da sind noch 66 Stacks drin. Um welchen? Weg neben den Stone. Was hat das auch? Braucht wir ein paar Pfirsiche oder was heißt Peach auf deutsch nochmal? Peach ist Pfirsiche. Ja. Wenn du hier übrig hast, nehmen wir erstmal. Machen wir uns einen Pfirsichbaum irgendwo nach hinten. Ja, ein Pfirsichbäumchen. Ich weiß nicht, ob ihr daraus einen Baum machen könnt. Kann man. Weil es Biomsplenty ist. Normalerweise wüsstest du daraus ein Bäumchen. Ja, kann man. Kannst du. Das eine ist Biomsplenty und das andere ist Pamsariskat. Ich hab die von Biomsplenty. Hm, das ist nicht ganz so gut. Aber das ist lustig, weil sie ihm einen groben. Das abgeben. Ja, das wird ja schon mal langsam. Na, das wird ja schon mal langsam. Ja. 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 Das ist ein Spirgel von Jonas. Vielleicht kannst du ja. Ich fühl mich gemobbt. Hm, 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 hm... 24-7 Ebran Ich bin doch auch Du hast einen gefangen Du seh Nach 3 kommt ein Balken rein, muss jeder mal das Abreißen So das ganze Langsam mal richtig schön Gestalt hier an Du musst Halt nicht Nicht die Axt, sondern das ganze Holz wieder weg Ähm Ich brauche die Axt Das nochmal weg So Wie komme ich da jetzt wieder hoch? So 15 Echt? Ich weiß gar nicht warum ich hier so einen Großen Bau hier drüber baue Von allen guten Geistern verlassen wahrscheinlich Wann passt denn das hier nicht? Wann passt denn das hier nicht? Dass ich hier nochmal sowas mache Doch passt das wieder oder? Ich weiß es nicht so Doch passt Jetzt nur nicht runterfallen Aber wenn ich sterbe habe ich ja nicht weit So Ja Ah da ist Shuki Ich sehe Shuki Oh aber schon bald die letzte Folge ne? Ja die läuft schon Alles okay Ich hab gar nicht mehr mitgekriegt Kannst mal sehen Wie du aufpasst Ja Ja Da ein wenig bin ich hier runter mit der Heute Immer diese Ausreden Ebron Ebron was haben wir heute eigentlich geschafft Heute bei uns Wenn du es so bezeichnen willst Ja Wie soll ich denn das sonst bezeichnen Ja Ja Du baust nicht dein Klotz Ich baue irgendwas aus Holzholby Was ich ja so süß finde hier so ein Apfelkörbchen Und ein Äpfel ernten Ja Ja Mhm Dass bei anderen Früchten auch so ist Muss ich mal drauf achten Ja Schwarz Eichen wird ja nach Nachwachsen Nachwachsen Genau Eins Zwei Och Gottchen Eichehörnchen Wie so lustig ist das? Eichehörnchen sind süß So Ich glaube ich dir ist mehr wie süß So Kann da wachsen Ebron Möchtest du vielleicht mal Deinen Markt anfangen zu bauen? Ach Fass halt auf Ist dann noch nicht mal fertig Einen kann den anderen Markt ist überbewertet Weil Häuser bauen ist nicht so geil Nein Wenn ich das also sagen darf Ich brauche Blockhütten und Geholzhütten Ok das ist das Ich brauche Steinräuser Und dann eine Blockhütten So Ja Das ist nicht so schön Jonas Aufgeschaut Ah ok Ja 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 Ich passe ja nicht durch Ja 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 Mein Holz ist wieder alle Ja 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 Das ist nicht so schön Dramat müsste passen super das päscht da geht der holz drauf wir müssen schon schnell verlängern ich meine, wenn wir uns das rauskennen, praktisch jeder Fahrer ist, dass wir ihn leicht drücken wir wollen es nur zwischen den DS-Minuten ok, kein Problem runter, Bruchstein holen einfach mal runter stehen und Bruchstein holen was machst du, Schatzi? ich farbe gerade hier für meine kräftigen Bank, weißt du? ja, es ist doch schön kannst du ja nochmal Löwenzahn mitbringen als Farbstoff ja, wenn ich gehe ja, wenn ich gehe, dann selber nochmal los oder beim nächsten Stream halt ich kümmere mich ja, mach langsam 16 Kies Granitkrebel also du brauchst generell gelben Farbstoff, ne? ja, oder bringen gelbe Pflanzen mit das geht auch das geht auch Löwenzahngelb habe ich schon was für dich mit dir so, gleich wieder befüllen die Maschinerie hier so, und rein damit das läuft doch ganz gut mit der Maschinerie hier Bruchstein so Bruchstein ich habe hier ein paar Schornsteine gebaut dann mal gucken, was ich gleich nochmal anpflanze, oder? ja toll, es ist dunkel ich habe ein bisschen gelb gemacht dann würde ich mit das ist doch schön kommt da so rein jetzt mal gleich bautze au ich habe bautze macht ja, machst du sowas? ich weiß nicht, wie hat ist passiert und nur weil ich die blöde einen schönen Schornstein hier verlängern muss scheiß Schornstein das reicht noch nicht mal ein Schornstein was ich gebaut habe super ähm au das ist das ist Soapstone oh Mann Ach, acht Stück also heute haben wir eine ganze Menge geschafft irgendwie Wenn ich hier runter falle, kommt es aber kein Nachbar mehr. Aber es sieht gut aus, das kann man auch so lassen, das sieht doch gut aus. Machen wir innen drin auch gelbe Wände, alles in gelb oder machen wir innen drin halt Barmohr oder irgendwas? Auch gelbe Wände. So, ich guck mal was unsere Wachspflanzen machen. Die wachsen hier dahin, sie brauchen noch ein bisschen, also müssen sie ein bisschen hier im Chunk aufhalten, dann passt das. Wie sieht das eigentlich aus der Ferne aus? Ja, kann man so machen. Kann man so machen. Ja, kann der gelbe Blue mitbringen, ist kein Problem. Was macht denn die gleich fertig, den Paps? Du machst den Paps doch gleich fertig? Ja, das ist ein gelber, der ist ja schon da. Oh, ist doch schön. Das ist hier schon mal. Mh, wir gucken hier. Also hier ist mal ein paar Himbeerenanbau vielleicht. Das wäre doch mal eine Maßnahme Schoki, oder? Jetzt wollen wir die ganzen Zeug wieder abladen. Was wollten wir anbauen? Wir wollten Himbeeren, sagtest du, ne? Himbeeren, ja. Wollen wir den Himbeeren? Wollen wir den Himbeeren? Wollen wir den Himbeeren? Wollen wir mal ein paar Himbeersamen machen? Sonst kann ich die nicht anbauen. Gehen wir mal runter in die Samenbank. Himbeersamen. Habe ich Himbeeren schon angebaut, für mein Schätzchen? Da muss ich noch mal gucken. Gucke ich doch mal. Das sind Zwiebeln, ganz wichtig. Gleich am Weg, ganz wichtig. Darum ist der Knoble, auch wichtig. Champignons. Karotten. Ne, Himbeeren habe ich noch gar nicht gepflanzt. Dann wollte ich das letztes Mal noch mal machen. Was du anscheinend, ich selbst dran denke. So. Achso, ich sollte auch ein bisschen Wasser reinfüllen vielleicht. Ich soll die ganze Sache ja beschleunigen. Oh, da muss ich noch sehr sehr viel dran arbeiten, an dieser Daffding-Geschichte hier. Bis dahin pflanzen wir mal. Wie viele Minuten haben wir noch, weil ich jetzt noch ablade, hier? Wir haben noch 13 Minuten. Wir können auch noch was überziehen oder noch eine Folge noch mal dranhängen. Oh ne, also heute bin ich schon zu K.O. für. Den müssen wir auch nicht. Also heute nicht. So Himbeeren sind gepflanzt. Ja, super. Wir können ja Freitag wieder studieren. Ja, vorher wird auch nichts was werden, glaube ich, ne? Ja, wir auch nicht. Oh, du kochst schon wieder. Rauch dir den Schornstein? Die sieht man gar nicht rauchen. Der ist jetzt wahrscheinlich zu lang. Schade. Doch, der raucht. Der raucht. Super. Was machst du denn? So, dann sollte ich jetzt mal vielleicht mal irgendwo mal anfangen, mal ein Getreidefeld zu bauen, ne? Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt habe ich kein Kies mehr dabei. Ist ja doof. Da habe ich kein Kies dabei. Jetzt muss ich doch Teilnehmer Kies holen. So, dann müssen wir jetzt auch bald Ton brennen. Ne, erst Tonziegel machen, ne? Wie war das? Ähm. Wollte ich ihn holen. Kies. Kies, Kies. Nehmen wir noch ein Stack mal mit. Ach, ich bin auch blöd. Da ist Kies. Ach ja. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, jetzt wird es langsam. Da vorne wachsen eine Himbeer, ne? Wenn man so bemerkt, ne? Ja. Aber ich finde diese Farbkörbchen, die hier nicht in der Landschaft mehr kreisen, oder? Haben wir es, ne? Ja. Ich habe schon wieder gelben Farbstoff für dich. Das ist gut, wie gesagt. Jetzt aber nicht machen brauchen. Warum nicht? Da haben wir zu viel gelben Farbstoffen, da brauchen wir die Blümchen. Oh, so viele Blumen hier noch in der Nähe. Brauche ich so viel Erde. Das brauchen wir erstmal nicht. So, dann. Lass mal Wasser holen. Dann kann man ein bisschen Getreide anbauen und sowas, was hältst du denn davon? So, Himbeeren wachsen. Müssen wir den Berg hier hoch noch Trauben pflanzen oder sowas, ne? Ja. So, das haben wir auch gemacht. Die Hacke habe ich noch. Jetzt brauche ich Getreidesamen. Sind, glaube ich, hier oben geblieben, ne? Oder? Ja, wo die hier oben sind, weiß ich zwar nicht, aber ist egal. Weizenkörner. Mietkum. So, so viel Getreidefälle wie beim letzten Mal mache ich jetzt nicht, ne? Nee, das war zu mir ein bisschen. So viel brauchen wir nicht. Jetzt habe ich dreimal fünf. Das reicht, ne? Ja, das reicht. Halt öfters mal ernten, denke ich mal. So. Gucken wir mal, das könnte man noch pflanzen. Was könnte man noch pflanzen? Süßkartoffeln haben wir schon. Chilischotum brauchen wir nicht so viel, ne? Aber Gurken kann man ein paar machen. Sieben Stück. Daraus machen wir jetzt Gurkensamen. Hammer. Ja, neue Rezepte. Findest du hier im Hause zurecht, oder? Ja. So, dann wieder mit. Wunderbar. Funktioniert. Cool. Wir müssen uns ja gleich in den Biergarten schaffen, oder wo wir uns rein setzen. Ist mir egal. Dann müssen wir mal rein setzen, ja? Es ist halt. Boah, Memme. So, das läuft alles soweit. Aber unser Häuschen wird schön, mein Schatz. Ja, gefällt dir das so? Ja. So, Steinziegel, wie werden Steinziegel gemacht? Nee, Ziegelstein. Ziegelstein, momentan. Nichts Verkehrtes machen. Ziegelstein. Ziegelsteine werden gemacht, aus Ziegel, Ziegel werden. Tonklumpen werden gebrannt und gehen da, so einfach. Los, zack, Tonklumpen her. So, da haben wir schon Tonschlumpen irgendwo im System. Ja, haben wir. Jawohl. Funktioniert auch. Mächtig, gewaltig. So, gelber Trockenbeton, den schmeißen wir jetzt auch nochmal rein. Wie gesagt, mit den Maschinen ist total klassisch, Herr Schoki, weiß er das? Ja, schön. Hast du den Keller schon gesehen? Mhm. Wenn die Maschinen mal nicht laufen, sind die Dampfgeneratoren. Wir haben zwei Stück hier, die hier laufen. Vielleicht noch Kohle. Oh, die laufen beide noch ganz gut. Wenn einer nicht mehr läuft, dann läuft wenigstens der andere wieder. Ja, das ist doch super. Klar, so muss das auch sein. Also dieser Technik-Mod, der gefällt mir ungemein, der hat was. Der ist richtig klasse, der gefällt mir. Der rödelt das Zeug hier durch, das ist ja irre. Trockenbeton ist auch schon fällig. Ey. Jetzt haben wir drei Sticks Trockenbeton. Du wolltest das ja auch innen drinne ja komplett machen, ne? Ja. So, was bauen wir jetzt nochmal für ein Feld an? Haben wir eigentlich Haferroggen-Irgenruf in der letzten Version benutzt? Ja. Ja, ich glaube, ja. Roggen. Roggen haben wir 28. So viel brauchen wir nicht. Wollen wir einfach mal nur 14. Machen 14 Roggensamen draus. Und pflanze ich den Roggen nämlich noch. Oh, jetzt dreht die Katze auf. Und das Viech dreht auf, ey. Oh, Quatsch. Ja, ist deine Katze. Jetzt gehe ich noch schon mal nach Silberburg. Hol ich mir noch schnell was zu essen. Ich hätte ja fast nur Lust, um mal eine halbe Stunde Glanzer hängen. Du nicht, ne? Ich bin leider ein bisschen zauberogen. Das ist doch nicht mein Problem. Nein, wir machen dann Schluss. Wir können ja am Freitag wieder weg. Wir werden ja fast auf dem Marathon machen. Am Freitag, nee. Können wir am Wochenende machen dann mal. Irgendwann. So, was machen wir hier? Das müsste, glaube ich, soweit reichen. Tonnen rum. Ach, das bist du. Nein, das macht mich zu groß. Ja, das muss ein bisschen gleichmäßig aussehen, ne? Verstanden. Jetzt brauchen wir noch sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Samen. Brauchst du die Samen? Die habe ich jetzt schon gemacht, soweit. Hast du schon. Wo ist meine Erde hin? Die kann ich auch noch kurz verteilen, soweit. Keine Ahnung, was wir hier hinpflanzen? Weiß ich noch nicht. Können sie hier vielleicht Hafer hinpflanzen, vielleicht. Da haben wir noch Kies. Die haben wir jetzt abstecken hier so ein bisschen. Sollten wir vielleicht machen. Der wird schafft auch was kaufen. Ich glaube, ja, kann man auch was kaufen. Ich lege jetzt hier noch ein bisschen Hafer und so ein Ding nochmal schnell an, ja? Dann haben wir es fertig. Dann verziehen wir die Folge ein bisschen. Was hast du jetzt schon wieder gefunden? Ich habe mir jetzt heiße Schokolade bekommen. Oh, verprachst du dein ganzes Geld? Na, ich habe da ein bisschen verdienen. Ach, du hast welches verdienen. Interessant. Das ist so, als würde ich es jetzt aus dem Fenster rauswerfen. So, der Roggen kommt hier wieder rein. Gerste. Haben wir sieben Stück. Machen wir mal Gerstensamen raus. Locken die unten ein. Nehmen die wieder mit. Passiert die Tür nicht durch. Hast du den Wildschweinkopf überhaupt schon am Eingang gesehen? Immer noch nicht? Oh. So, Gerste ist gepflanzt. Getreide, Gerste. Hafer haben wir 27. Neh, ich mache mal zwölf Stück. Eingang mit. Die Zaun-Bились-Shroeink. Eingang mit. Ich bin hier gleich fertig. Mal kurz jetzt den Hafer einsortieren. Ja, mitnehmen, die zwölf. Oh, ich sollte mal was essen vielleicht. Ja. Mach das. So. Ich finde das mit Thermal-Foundation total klasse, die Maschinen, das geht viel schneller als mit den normalen. Jetzt habe ich hier, ja, verbrauchen wir nicht ganz so viel, ne, oder? Oh, hier haben wir noch ein bisschen Kies, ja, Kies haben wir auch noch. So. Oh, haben wir hier viermal Getreide angebaut, deine Himbeeren wachsen auch? Ja, super. Eine ist schon erwachsen, kann man ernten. Mhm. Mhm. So, schön die Sachen reinbringen und dann gehen wir, ja, dann ist einfach die Sachen wieder los, wenn ich hier habe. Ähm, rein damit. Okay. Oh, hat einer ein Wizzar wieder. Ja. Ja. Jetzt wissen wir mal was das für ein Geräusch ist. Dann haben wir wieder ein Wizzar gespornen, ja, in den abzufahren. Mhm. Ja, das ist auch so ein Kerl von einer ganz fiesen Sorte, ne? Ja. 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 Dann haben wir gleich kurz geerntet. Die Sachen nochmal schnell noch mal rein. Die sind noch gar nicht einsortiert. Ich wusste es. Dann packen wir die da hin. So, zack. Okay, wir müssen Innenwände auch damit gelbem Trockenbeton, äh, gelbem Beton haben. Kriegst du. So, aber jetzt komme ich. Das ist sehr schön, das finde ich gut. So, ab nach Silberburg. Flipp. So, man spawnt direkt an der Kneipe, das ist immer ganz gut. Ja, Freunde, das hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Heute eine ganze Menge geschafft. Bin stolz auf uns. So viel geschafft. Maschinen gebaut, angeschlossen, Energieleitungen gebaut, alles Mögliche. So, es läuft, das Haus wird weiter gebaut. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge am Freitag, wenn wir Freitag spielen sollten, dann, ähm, auch das Dach drauf kriegen. Das wäre auch sehr schön. Ja, bis dahin sagen wir tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und alle anderen auf dem Server. Viel Spaß. Ciao, ciao. 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 Ciao.